jo leute hier wieder leo malik am start jo und ja ich habe hier meine fahne dabei denn ich gehe jetzt zum aev spiel jo ja ich treffe mich jetzt gleich mit meinem kumpel und dann würde ich sagen sehen wir uns wieder hallo leute ich bin jetzt bei meinem kumpel und zwar der manuel ja erst einmal youtube und so ja wir schauen gerade fernseher bis wir zum spiel gehen jo das wird noch ein bisschen dauern ich bin jetzt gerade bei ihm bin zum ersten mal bei ihm sieht echt fresh aus schaut mal das licht an so in grün ja und ich würde sagen wir sehen uns dann beim spiel jetzt macht den hier so finger drauf nein auch finger hier drauf nein so ist es von hinten leute jetzt gerade auf dem weg zum auto wir fahren natürlich nicht wir sind noch nicht alt genug sein opa fährt uns ja er kommt auch mit auf spiel jo und dann würde ich sagen wir sehen uns beim spiel jo leute ich bin gerade auf dem spiel und ich würde sagen wir sehen uns wenn das spiel weitergeht ja 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 In Deutschland ist komplett Jetzt ist es ein Lied aus, Mann. Yo, Leute, wir haben gewonnen. Wir warten jetzt noch auf die Spiele, um unsere Sachen signieren zu lassen. Yo! Ja, Leute, man sieht mich nicht, es ist zu dunkel. Auf jeden Fall, das Spiel ist vorbei. Wie gesagt, wir haben gewonnen. Ja, ich habe mir sechs Unterschriften eingesagt. Yo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Folgt mir auf Facebook und so weiter und sofort auf Instagram. Und ciao! Schauen wir auf. Schauen wir gut.